Jetzt schon in der zweiten Auflage bei Lotto Niedersachsen. Das neue Rubbellos Platin 7. Höchstgewinn bis zu 500.000 Euro und 20 Gewinnchancen auf jedem Los. Finden Sie die 7, haben Sie den nebenstehenden Betrag gewonnen. Beim Geldbündelsymbol haben Sie sogar alle 20 Beträge gewonnen. Erhältlich ist die Platin 7 auf lotto-niedersachsen.de, in der App oder in den Annahmestellen von Lotto Niedersachsen.